Gebühren, 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 die sollte man pünktlich zahlen, um schön fernzusehen und um dich zu sehen, um dich zu sehen, um dich zu sehen, um euch zu sehen, und das schönste ist, das kostet nur 93 Pfennig und von Gebühren am Tag, aufgemerkt also, ohne muss nix los, ohne muss nix los, ja, bitte melden Sie Radio und Fernsehen jetzt an. Vielen Dank.